Wir kommen nach Dänemark, nach Norwegen, Schweden, Finnland, in die baltischen Hefen und auf hier nach St. Petersburg, nach Russland, zur Partnerschaft Hamburgs. Hamburgs ist Drehscheibe für den Ostseeverkehr und bei Hamburgs ist der nördlichste Hafen Europas oder südlichste Skandinavien. Wollen Sie in der Steuerbahn sein? Das ist Noronfoss, da fahren wir noch mal vorbei, dort die Spreganten liegen. Noronfoss ist die letzte große Werfte in Hamburg. Wir hatten ja mal diverse Großwerften, wir hatten bis zu 30.000 Werftarbeitern insgesamt. Die meisten haben aber Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre aus Kostendrotten zugemacht. Noronfoss hat zwar überlebt, hatte nur noch etwa 1.000 Mann, hatte nur noch ganz wenige Neubauaufträge, wenige Yachten und Marienische Geräte wurden hier gebaut. Und dann wurde Noronfoss vor etwa drei Jahren vom Bremer Mürsen Konzern übernommen. Mürsen ist Weltmarktführer, was den Bau von Superluxus-Werften hat etwa 60 Meter Lenke betritt. Und seitdem hat die Werft wieder ganz gut zu tun, auch dass momentan ganz groß ist, seit zwei Wochen etwa, davor war hier sehr viel Betrieb. Die beiden Spreganten liegen hier. Die beiden Spreganten liegen hier. Die beiden Spreganten liegen hier.